Hallo, mein Name ist Harun Zubi. Ich bin Key Account Manager bei der Urano Informationssysteme GmbH, gehöre dem Vertrieb an und kümmere mich um den Bereich Hardware. Oft werden wir von unseren Kunden mit den Themen IT-Ausstattung konfrontiert. Das muss natürlich immer schnell und sehr zuverlässig sein. Unser Lösungsansatz ist dabei, zusammen mit der Fachabteilung uns mit dem Kunden zusammenzusetzen, die beste und schnellstmögliche Lösung zu finden. Und das seit mittlerweile 30 Jahren. Und wenn Sie keinen Tanker fahren wollen, eher das Speedboat, dann nutzen Sie uns, kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie.